Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, immer wieder werde ich mal gefragt, wie lange dauert es denn eigentlich, bis ich mit dem eigenen Blog ein Ergebnis erziele. Und ja, darum geht es in dem heutigen Blogartikel und die Antwort ist vielleicht anders, als du gedacht hast. Also wenn dich das Thema interessiert, wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles, alles Gute, viel Erfolg und viel Spaß beim Bloggen. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.